Kommt, komm, komm, ja, endlich, schön, schön. So, und herzlich willkommen zu einem neuen Folge Rocket Leech, wir spielen heute mal online gegen jemanden und wir schauen mal ob wir hier vielleicht was reißen können. Und ich habe ein paar gesagt, ich bin ein totaler Noob, werde ich ja auch mit meinem Lappen. Ich bin ein Lappen, ich bin ein Ohr, mein Gott. Sondern ich habe ein paar beschwert, dass ich gesagt habe, ich bin ein Profis und war ein totaler Noob und ich bin ein totaler Noob, ich merke es. Mein Gott, ich bin da so richtig schlecht. Mann, ach, jetzt verstehe ich. Nein, Mann, 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 Mann. Äh, dazu zu sagen wäre vielleicht, dass meine erste Noob, ich habe davon nur gegen Bots gespielt. Oh. Und ich spiele auch gerade einen einzigen Eins, weil ich möchte nicht unbedingt mit einem anderen Noob spielen ohne den Nitro. Schönen. Schön. Nein. Oh, Mann. Nein. Oh. Okay. Wir haben noch vier Minuten Zeit und müssen nur einen Tor machen eigentlich, um zu gewinnen, also ist nicht die Kunst. Oh, shit. ne auf dem boden bitte scheiße der geht rein der macht da rein ok für die erste online habe ich sagen wir durchgehalten ok schauen wir auch noch ein tor kriegen haben noch drei minuten zeit als ob er es nicht gecheckt hat was wir los haben müssen das ist so ein wer den tor macht gewinnt oder wie mein gott ich habe mein gott warum darf ich den ball nicht ich bin ein lappen ja ich weiß wie hinterher ich muss auf jeden fall noch ein bisschen spüren nein das war nicht gut das war gar nicht gut ich glaube wir werden die erste runde verlieren habe ich das gefühl mein gott warum treff ich den verdammten ball nicht ich könnte auch davon liegen dass meine erste runde heute ist ich bin dann äh ich spiele nämlich ich habe nicht einfach die konsole eingeschaltet ich spiele sozusagen das erste game und es ist doch nicht der langes spiel ne man dann geht er schon mal so schön rein äh aufs tor und dann sowas wie der einfach auch die ganze zeit um den ball drum herum fährt wäre nicht mehr die chance anzugreifen hier der ist einfach immer schneller weil der immer nicht vor hat er hat sich einfach immer den boost oh mein gott nein 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 ob ich ihn nicht treff ich bin so schlecht mein boost oh mein gott ich sehe ihn los wer ist denn Geld man nein nicht noch ein Tor ich will nicht ich will nicht 3-0 verlieren aber ein Tor wäre schon ganz feiner so mal schauen ob ich ein Tor kriege nein kriege ich nicht oh mein gott hat er nicht gemacht oh mein gott ich hab nur gedacht er macht ihn selber rein ach nee kommt 3 Sekunden oh das wird nichts ok ich werde verlieren er hat 2 Tore in 3 Sekunden und ich bin so ein ich bin so schlecht gerade ich glaube ich muss jetzt mal einspüren nein komm 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 ja endlich schön schön wenigstens nur ein Tor finde ich gut 1 zu 2 verloren im ersten Online-Spiel gut das Ding aber schön reingehauen schönes Eck wenn man das Eck nennen kann ich weiß nicht ok 3 Sekunden ob ich ein Tor und 3 Sekunden schaffe bis er geht rein nein 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 oh mein gott war der knapp äh GG äh ja ok Q-Shield ne will ich nicht haben oh mein gott er ist Profi wirklich guck mal links ich bin grad mal Semi Profi der ist Minis Level 20 weil ich glaube aber Level 20 ist mein Profi Really gegen den lassen mich spielen finde ich sehr schön äh nächstes Match er ist gegangen bin ich gut nächstes Match ich bin gleich speichern ne nicht unbedingt oh mein gott das war so schön ich hab mir gedacht ok vielleicht ziehe ich ihn oh ich bin weiß ach so noch kein Gegner jetzt so die boy 70 ok ich bin bereit er tritt noch bei kann ich losgehen jetzt und los schön oh mein gott nein 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 er hat ihn er hat ihn ich treff die Bälle nie wenn die von oben kommen das ist so schlecht das ist gar nicht gut ich weiß nicht was Nito gehört komm und er geht rein auch nee diese Bälle sind immer so scheiße weil der immer so über die Distanzballon er macht er hat er wirklich nochmal gespürt als ob er hat sich halt Assistenz-Tor versaut oder? ja er hat sich der Assistenz-Tor versaut überspringen bitte überspringen überspringen hm er näht er den Ball genau oh ne Parade schön das ist wahrscheinlich auch so ein Profi das sehe ich schon das sehe ich schon nein schön danke schön dass die vorbeigekommen ist ok die Oma endlich 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 haben wir den Boost schön nettes Ding 1-1 haben wir denn haben wir denn irgendwas ok wir haben ein paar ein paar Optionen links zur Auswahl aber passt grad nicht das ist ja eher für meinen Teammate den ich nicht besitze nein 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 женщair Nein. Ich wird schlecht. Scheiße. Schön. Komm, komm, komm. Spiel rein. Schade. Ich hätte damit gerechnet, dass er ihn gekriegt. Deswegen habe ich so ein Links daneben geschossen. Aber ich habe gedacht, ich wollte ihn vielleicht selber rein. Schade. Der geht nicht. Hinterholen den durch. Nein, den machst du nicht rein. Weg damit. Weg damit. Oh, nee. Der ist nicht gut. Nein. Schade. Aber besser ist das erste Game, finde ich. Wir stehen dem schon 1-1. Komm, komm, komm. Nein. Wo ging der denn hin? Mein Gott, war das schlecht. Nee, oh, nee. Ah. Nein. Das kann ich relativ. Sollen Wänden fahren. Schön. Ja. Danke. Schön. Gibt es nicht Danke irgendwo? Danke, ich glaube es auch irgendwo. Äh. Danke. Danke. Du hast mal Nein geschrieben. Sehr schön. Danke, danke. Ähm. Okay. Und drin. Oh mein Gott, wir haben beide nicht getroffen, aber ich habe den ersten Ballkontakt. Ja, lass mal zu meinem Tor spielen. Ich gönne mir. Schön, schön. Oh mein Gott, nein. Das war schlecht. Oh shit. Zu weit. Zu viel die drauf. Hm. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so wird das nichts. Nein. Oh nein. Das war so schlecht. Nein, er macht ihn rein. Ach nee. Ich treffe ihn so oft nicht. Das ist so ein Problem. Das ist so ein Problem. Ach nee. Okay, gut. Los. Okay. Okay. Schön. Danke. 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 Hedrick. Ah, schön. War das ein Hase? So sieht aus wie ein Hase. Das war doch einer gewesen sein. Nettes Ding. Okay. Schau, ob ich einen Widerkrieg. Ja, als ob. Ja, er ist drüber gesprungen. Er hat damit gerechnet, dass ich hochspiel wahrscheinlich. Aber ich habe einen Verrückter gemacht. Oh, er ist auch aufgegeben. Was hat das Match betreten? Okay, was. Hey, hab gewonnen. Tschüss. Das ist super. Ich werde einfach hochfliegen. Aufkleber für Wienem. Ich benutze Wienem nicht. Ich habe Paladin drin. Boos ist bereit. Wir sind auch bereit. Aber. Oh, mir fickert auf. Oh, gut. Hey. Hey, ich würde... Ich würde wenden. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sind mit der ersten wichtigen Part von Rocket League. Ich gehe da mal. Tschüss. Ähm. Ja, wenn es euch gefallen hat, lassen wir mal rum da. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Ja, wir gucken mal kurz noch, was wir jetzt haben. Wir haben für Wienem, welches ist es nochmal? Wienem hier, du bist für Wienem. Oder Wienem. Und wir haben für dich einen... Was heißt das markiert? Okay. Okay, geht. Okay. Okay. Wenn wir noch, wir haben... Let's mal 5 Euro, Zylinder, Kuscheln haben wir eben bekommen. Und wir haben noch von Videogames, jetzt habe ich noch irgendwas. Und zwar die Shadowgate Flagge. Okay. Das ist also alles neu. Zwar jetzt nicht alles nur von den Runden, die wir hatten, aber... Das ist so neu. Mal wieder Tech drauf. Kohle, Faser, Fermanentale. Habe ich alles schon freigespielt. Die Tempest. Raider. Die mir relativ super gefallen. Weil hier immer noch Hydro. Aber Overture... Overture sieht auch geil aus. Aber... Nitro einfach. Nitros. Okay. Ne, ich bleib bei Hydro. Bin ich zufrieden mit. Heiligenschein. Und... Gut. Ich würde lieber sagen, wer ist es mit dem Part von Rocket League? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten und bis später. Ciao.